Nicht platziert werden, mein Lord. Wo jetzt? Der Feind greift an. Jetzt von da, okay. Allerdings muss ich jetzt noch... Ich muss dann auch irgendwie die Schmieden noch befreien, ne? Das hilft alles nicht. Ich muss dann mit meinen Truppen die Schmieden holen. Ja, Sir. Also wäre diese Infanterin nicht gekommen, jetzt ist das eine, dann wäre das alles ganz schön nach hinten losgegangen. Die Verstärkung, das wäre, wäre böse geändert. Neue Befehle. So, jetzt nochmal das erstmal anders, und zwar werde ich jetzt den hier tätigen. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Das geht ihm doch anders, oder? Ich könnte das auch... Da brauche ich das, da brauche ich das, ein Vorratslager. Moment. Äh, könnte ich nicht voraus sagen, ich brauche dazu einen Markt. Und dann mache ich das, wenn ich so... Automatisch verkaufen, wenn ich... Über 170 habe. Bam. Und da mal Geld. Und das könnt ihr auch verkaufen, das brauche ich nämlich nicht. Nicht genügend Waren. Nicht genügend Waren. Drei davon, drei davon. Kommt noch mit hier hoch. Eure treuen Wunschützen. Darf ich denn? Ne, ich habe jetzt hier 3, 15 davon. Landsknechte, auf die Welle. Ne, warum rennt ihr denn jetzt da runter, wenn ich da... Huch, die kommen da durch. Na, okay, gut. So, und jetzt werde ich... Was? Was? Was ist denn hier hinten schon wieder los? Wie konnten die jetzt so schnell vorbeikommen? Bereit machen. Unsere Sehnen sind gewachst. Na, kommt schon. Gebt uns nur ein Ziel. Bogenschützen, vorbereiten. Kriegen sie das hin? Und... So, jetzt so. Die Männer sind guter Dinge. Pfeile los! Und Schuss, komm. Bringt sie zu Fall. So, oder hier. Wir sind bereit. Okay, den kriegen sie jetzt hin. Und die... Bogenschützen, bereit machen. Was? Was ist das hier? Ja, Sire. Boah, es ist krass. Hier sind eure Leute. Schaffen wir das? Okay, Moin, ich mach mal her. Den Wall wieder hin. Eure treuen Bogenschützen. Na komm, macht sie kaputt. Pfeile los! Okay, die kümmern sich darum, hoffe ich mal. Ich gehe stark davon aus, dass sie sich darum kümmern. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Waffen werden benötigt, Sire. Die drei Kümmern würde noch mal dahin. Hier sind eure Leute. Wir bewegen uns. Und... Die stellen sich jetzt alle mal dahin. Unsere Bögen werden singend. Hier, Moment. Bogenschützen unterwegs. Wir werden angegriffen. So, darum stehen neun recht verwundete Leute. Gebt uns nur ein Ziel. Da werde ich nochmal ein paar Leute hinstellen müssen. Am besten den hier. Waffen werden benötigt, Sire. Bogenschützen, bereit machen. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. So, die neuen. Ich komme jetzt wieder hoch. Habe ich da 18? Auf die Welle! Wir sind eure Leute. So, Sire da, oh, machen wir mal 8 davon. Rekruten werden benötigt, Sire. Landsknechte bereit. In Reih und Gliedschwimmer. Wir sind noch da. Sir, ja, Sir. Und zwei von da, noch da. 40 Minuten muss ich jetzt auch, Sekunden muss ich auch aushalten, okay. Und dann muss ich einnehmen. 40 Sekunden und dann einnehmen. Oh, wir haben es gleich geschafft. Ich glaube es nicht, wir haben es wirklich geschafft. Und es hat viele Nerven gekostet. Eure treien Bogenschützen. So sieht es aus. Ach du Schokolade, was haben die da postiert? Oh, da muss ich ja auch richtig kämpfen. Hä? Ach so? Der eiserne Herzog berichtet, dass seine Schmiedemeister ihre Arbeit abgeschlossen haben. Wir haben Waffen für eine neue Armee, Sire. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch. Ich brauche das gar nicht? Ne, doch, jetzt muss ich das, doch, ich muss das jetzt machen. So, Moment, dann werde ich jetzt. So, unsere Sehnen sind gewachst. Alles mitkommen. Unsere Bögen werden singen. Eure Befehle, Sir. Alles mitkommen. Waffen werden benötigt, Sire. So, die Bögen brauche ich und die Bögen brauche ich. Wir sind eure Leute. Bogenschützen, herein machen. So, kommt her. Ja, das hoffe ich doch. Okay, wir haben es endlich geschafft. Wir müssen es nur noch, dass es Blatt machen will. Und dann geht es weiter. Alter, Schwede hat mich die Mission des Nerven gekostet. So, geh weg. Sehr schön, 42 Leute. Dann würde ich sagen, geht immer noch wieder los. Ey, wenn ich mit 42 Bogenschützen, ich will jetzt das gegen eine der beiden Armee hier ankommen, dann weiß ich auch nicht. Dann frage ich mich euch einiges. So, ich meine, währenddessen mache ich hier mal schnell noch. Mensch, ich sollte theoretisch nicht weggehen, aber ich bin so ganz. Waffen werden benötigt, Sire. Gebt uns nur ein Ziel. Geht's auf die. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Oh, verdammt, ey, das gibt's ja gar nicht. Pfeile schießen. So, geh. Geht die Bogenschützen los? Wir bewegen uns, die Männer sind guter Dinge. Jetzt. Komm schon. Jeder Pfeil muss treffen. Ja, ja, ja. Pfeile los. Ja. Feuer. Augen auf, Männer. Komm schon, das schaffen. Pfeile schießen. Komm schon, komm schon, bitte, 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 lass es schaffen. Lasst sie fliegen. Okay, das. Feuer frei. Und. Ziel anvisieren. Bringt sie zu Fall. Pfeile schießen. Feuer. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, wenn man gerade anstellt vom Morgen. Befeilen, Männer. Wir werden angegriffen. Okay, dann haben wir das. Macht sie fertig, Männer. Weil. Ist doch positiv. Menschen verlassen die Burg. So, okay, dann gehen wir mal hierher. Und greifen mit denen hier auch noch den an. Ziehen aus. Und dann hoffe ich mal, dass die Armee gleichzeitig eintrifft. Jetzt. Bogenschützen und die da. Boah, ist das krass, ey. Weil muss ich da noch so eine Armee blöd machen. Wie sehe ich denn das machen? So. Zwei davon. Bauern werden benötigt, sei. Bauern, Bauern. Bauern werden benötigt, sei. Eigentlich. Okay. Man Kett abhalten. Habe ich Eisen. Sehr schön. Ist zu viele Streitkirpen, habe ich. Boah, krass. So, das ist die nächste Armee, die dann nach hier unterwegs ist. Die baue ich schon mal auf. Sehr schön. Und dann gehen wir jetzt auf die los. Ey, das werde ich ja wohl schaffen gegen drei Leute. Ja, Sir. Na also. Herr, beschütze uns. Hoch mit euch, komm. Genau. Und. Tausend, sehr schön. Jetzt die Armee dahin. Die Menschen hegen warme Gefühle schon, mein Herr. Und das kann man auch, ja, wir können auch sieben Sachen produzieren. Ja, Sir. Ja, ihr dürft gerne jetzt auf die Pockehonen. Volle Kanne am besten. Und so richtig schön für diese Stunde Quälens auf dieser Map Genügsamkeit tun, wenn ihr möchtet. Was? Wir kümmern uns drum. Wo ist meine Armee hin? Oh. Nein. Nein, 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 nein. Nicht daran laufen, seid ihr bescheuert. Bereit und wach. Gut, dass ich das noch mitbekommen habe. Was? Sir. Achso, die greifen schon mal ein, seine Leute von denen. Okay. So, die kommen auch noch hierhin. Bauern werden benötigt, Sir. Kampfbereit. Na dann. Es geht los. Landsknechte bereit. Ich würde mal stark sagen, jetzt abgesehen von dem, greifen da mal alle an. Und die greifen auch an. Halte zusammen, Männer. Bereit, Sir. Herr, beschütze uns. So, die Rendereien. Die können uns nicht nur das Problem schützen. Und die greifen an. Wir werden es versuchen, Sir. Haltet eure Spähre, Gerne, Männer. So, ich höf den da hinten an. Fertig, Männer. Und dann. Haltet zusammen. Haben wir es geschafft, ich glaube, ich glaube, Alter, ich glaube es nicht, ich habe es echt geschafft, endlich. Wir sind siegreich, Sir. Oh mein Gott. Na okay. Das war dann erstmal für heute die Aufnahme. Ich muss jetzt auch gleich los. Ich habe ganz schön überzogen. Ich hoffe, es war für euch trotzdem spannend, obwohl ich ab und zu ein wenig ruhig war und versucht habe, mich zu konzentrieren. Bis dahin würde ich sagen, Tschüss und wir machen ab nächstem Mal nur noch auf Normal weiter und lassen das Schwer mal lieber bleiben, sonst komme ich ja Gott so gar nichts mehr bei meiner intelligenten Spielweise. Bis dahin. Tschüss.